Guten Tag und herzlich Willkommen auf dem Baumkronenpfad in Belitz Heilstätten. Das Besondere an diesem Baumkronenpfad ist, dass er über das Gelände der ehemaligen Heilstätten führt. Die Ruinen der alten Heilstätten und der moderne Baumkronenpfad bieten einen ungewöhnlichen Kontrast. Vom Einstiegsturm aus hat man einen ausgezeichneten Blick über das Gelände der ehemaligen Heilstätten und über den Verlauf des Baumkronenpfades. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank.